Riccardo crashte mit Albon, Russell bekam keine Strafe für eine Dive-Bomb und ja, Red Bull, wie immer, ganz vorne und unantastbar. Wir blicken dennoch auf alles, was ihm zugegeben überraschenderweise spannenden Grand Prix von Japan abging. Abonniert gern kostenlos den Channel. Ja Leute, lasst uns direkt mal beim Start beginnen und das war nicht so wie verhofft. Wir hatten nämlich den Start und ja, ein bisschen später als einen Sektor, Red Flag. Was ist passiert? Ein ziemlich heftiger Abflug, na heftig war er nicht, aber eine Berührung, eine ganz leichte Widerscheinte zwischen Daniel Riccardo und Alexander Albon. Ich weiß nicht, ob das Video geblockt wird, ich werde es dennoch hier mal kurz zeigen. Wir sehen es aus Riccardo's Sicht und auch aus Albon's Sicht. Und eins ist auf jeden Fall zu sehen, Riccardo hat viel aufgepasst, dass links Drollen nichts passiert. Aber ja, Albon konnte sich halt eben auch nicht in Luft auflösen, weswegen es dann da wirklich zu einem blöden Zwischenfall kam. Das sah noch die Stürze, hier haben wir das noch einmal im Bild ein. Ja, also er macht da, wirft da quasi die Tür zu. Ich meine, Albon fährt eh schon im Gras, aber kann halt natürlich nicht die Strecke komplett verlassen. Und dann kommt es nur noch zu einer minimalen Berührung. Ja, Albon, der sowieso schon drei Viertel am Gras ist, konnte dann irgendwie kaum mehr was machen. Dann kommt der Spin, eben weil auch direkt ein Hinterreifenschaden bei Riccardo da war. Und ja, das sah dann echt schon sehr heftig aus, muss ich euch sagen, der Einschlag von Albon. Und jetzt tut ihm ja dann echt schon leid, das Gute war, Red Flag nur, es war knapp 20, 25 Minuten später, kam dann der Restart. Und der war Gott sei Dank standing. Und auch glücklicherweise sind nicht viele auf eine andere, weirde Strategie gegangen. Ein paar sind da ausgeschert, zum Beispiel auch die, die mit eingefahrenen Sätzen ins Rennen gegangen sind. Ja, Verstappen gut weggekommen, hat Perez da direkt die Tür zugemacht vor Turn 1. Und der konnte da auch nichts machen. Quasi eigentlich alles gleich geblieben. Und ja, hier ist auch ein paar Runden später gleiches Bild. Eins war auf jeden Fall zu sehen, Leclerc hat Ambitionen. Der hat auch ein bisschen Schonengang gefahren. Vor allem aber auch Perez konnte am Anfang echt gut mit Verstappen mithalten. Hat dann irgendwann mit der ersten Stint aufgehört. Ihm gelang das aber ab dem mit der ersten Stint nicht mehr so richtig. Ja, auch wegen solcher Fehler, auch das Rutsche hier neben dem Körb. Ist ein bisschen oft gesessen, hat auch Farbe aufgesammelt. War aber, glaube ich, jetzt kein großer... War aber jetzt, glaube ich, nichts, wo man sagen kann. Ja, deswegen hat er jetzt keinen Punkt oder so geholt. Oder deswegen ist er da ganz blöd gelandet. Und hier haben wir so einen kleinen Train, der sich leider seit dem Neuregelung, dass die US ab zweiter Runde aktiv ist, bilden. Wir haben hier den Anführer Sainz, aber dahinter auch Alonso. Nori, der ist echt... Nein, das war Piastri, sorry. Nori war ja noch davor. Hamilton und dahinter Leclerc. Und das, ja, tatsächlich direkt Landon Noris rein. Und ich wusste halt schon, der ist viel zu früh drin. Warum kommt der so viel früher rein, als das Pit Window Delta eigentlich offen wäre? Und die Antwort war eigentlich schnell gefunden, denn man wollte natürlich Grid Position mäßig weiter nach vorne einen Undercut-Wagen gegen Sainz wieder, der, ja, sehr schnell war. Die Ferrari waren generell auch vom Rennen an, glaube ich, viel, viel schneller als die Ferrari. Und dann ging halt ab Runde 16, ging dann halt auch die Pitstops los. Angefangen mit zuerst Perez, dann hat man für Stappen reingeholt. Aber dahinter wurde es spannend, hier auch Sainz natürlich. Und das hat natürlich auch den ein oder anderen so ein bisschen drin. Dann kam Godlike Overtake von Noris mit dem viel frischeren Reifen gegen Hamilton, der noch die Alten drauf hatte, Runde 18 oder so. Hat in der Außenintern-Eins überholt. Trotzdem ein wunderschönes Überholmanöver tatsächlich. Und dann wurde es spannend. Dan Perez ist dann auf Russell aufgelaufen. Und da war es auch noch interessant. Denn Hamilton hat vorgeschlagen von sich aus, dass er Russell vorbeilässt. Anscheinend hat man sich dann nachträglich irgendwie rausgeredet mit irgendwie einem technischen Defekt an Hamiltons Auto. Aber ganz glauben kann ich dem nicht. Warum lässt Hamilton freiwillig Russell vorbei? Vielleicht war es dennoch nur ein technischer Defekt. Aber kam für mich jetzt nicht so rüber. Ja, auf jeden Fall, Hamilton, Paris ist dann easy an den beiden Mercedes vorbeigegangen. Konnte sich dann auch das erste Mal wieder den zweiten Platz holen. Dann auch noch an Sainz. Und ja, schlussendlich hat man dann, Runde 40 hat man die Strategie aufgegeben bei Mercedes. Man wollte einen Stopp durchfahren, hat das Ganze aber dann vom Board geworfen. Denn es machte absolut keinen Sinn. Hat noch mal die Weißen drauf geworfen. Und dann ging eigentlich das Racing noch einmal los. Auch bei Leclerc. Der hat das einzige, eine richtige Endstopp-Strategie durchziehen können. Und vor allem auch hat die bei dem tatsächlich funktioniert. Die ist geglückt, aber auch hier mit viel Abwägen. Und das Gute für ihn war, man war so spät dran in seiner Sicht, dass er gleichzeitig mit Landon Norris in die Box gekommen ist. Und dass die beiden einfach wieder so rausgefahren sind, wie sie reingefahren sind. Und das, obwohl ein Charles Leclerc natürlich einen kompletten Stink weniger hatte. Dadurch hat er natürlich Grid-Position-mäßig unnormal aufgeholt. Er hat so viele Plätze gut gemacht und war dann quasi schon in den Top 3. Also das war wirklich sehr toll. Hier sehen wir das Ganze auch. Da fahren beide los. Natürlich Glück für Leclerc, dass der da vorne ist. Und kommt dann auch aus der Box raus. Und das noch größere Glück war, dass genau dazwischen noch George Russell gelandet ist. Das hat natürlich noch ein bisschen mehr Zeit für Lando gekostet. Er hat ja zwar schnell korrigieren können in ein paar Kurven, aber war natürlich trotzdem die ein oder andere Zehntel, die ihn da tatsächlich noch Grid-Position-Zeit gekostet hat. Ja, Perez war dann auch in der Box und der ist dann halt weit zurückgefallen. Es war kein einfacher Tag für Dzeko. Der hatte wirklich immer das Nachsehen. Musste tatsächlich immer kämpfen, auch Red Bull generell. Sahen jetzt nicht übermäßig stark aus. Natürlich war für Stappen am Schluss wieder seine 15 Sekunden vorne. Das ist auch klar. Aber gerade Dzeko hatte ein paar mehr Probleme. Meiner Meinung nach war das keine Machtdemonstration. Ich meine, obwohl man einen Doppelsieg hatte, war das tatsächlich eher eine knappe Sache. Auch Perez, er hat sich zwar easy getan, auch hier in Norwich zu überholen. Und dennoch war es eigentlich sehr interessant. Wir haben hier die Statistik so in der 35. Runde. Ja, für Stappen ist ziemlich gerade durchgegangen. Zu sehen, dass Lance Stroll ordentlich nach oben gekommen ist, dann aber auch wieder runtergefallen ist. und dann auch hier eher so mittelmäßig herumgecruised ist. War auch unnormal unzufrieden. Abgefuckt teilweise. Genau, das war jetzt dann der zweite Stop. Bei Mercedes wollte man eigentlich mit diesen weißen Reifen durchfahren, aber das hat absolut nicht funktioniert. Man hat sich dann in Runde 40 entschieden, die nochmal reinzuholen, das komplett über Bord zu werfen. Und ich glaube, es war auch schlussendlich die beste Idee, die man haben konnte. Runde Nummer 43 dann. Und was soll ich euch sagen? Was wäre ein Rennen ohne einen WTF-Moment von Logan Sargent? Obwohl man diesmal sagen muss, diesmal kann ich nicht viel dafür. Die Bremsen blockiert, ein bisschen zu spät gebremst und dann alles blockiert, musste die Lenkung aufmachen und ist dann ins Kisbett gerollt. Zu meiner Überraschung konnte er sich da wieder rausretten, aber natürlich war es dann halt so ein bisschen blöder, denn er ist mitten auf der Ideallinie stehen geblieben und da habe ich wirklich schon Rettungswagen, Red Flag, Safety Gun und so weiter gesehen, denn er war wirklich sehr, sehr hardcore, aber ist alles glücklicherweise gut gegangen, wobei man echt sagen muss, das hätte schlimm ausgehen können. Dann startete die Aufholjagd von einem gewissen Carlos Sainz, denn dann hat man sich wirklich eine interessante Strategie ausgesucht. Er war relativ spät im Rennen noch einmal an der Box, sich den zweiten frischen Satz zu holen, aber der ist weit zurückgefallen. Also hinter Oscar Piastro, den hat er schnell korrigieren können und dann gab es so eine kleine Stallorder zwischen ihm und Leclerc. Ich meine, Leclerc war dann doch auf dem dritten Platz, konnte aber ehrlich gesagt auch nicht mit dem Reifen mehr mithalten, hat dann glaube ich auch mehr oder weniger freiwillig den dritten Platz an Sainz hier abgegeben, aber ich glaube auch Sainz hat all in all das gesamte Wochenende gerockt, war im Falle fängt schneller, größtenteils im Rennen vor ihm und da muss man es ehrlich gesagt auch verstehen, aber ich denke mal auch, dass sich Sainz das auch on track ausgemacht hätte. Dann wurde es noch einmal sehr heikel und da muss ich echt noch einmal drauf eingehen, denn das war diese angesprochene Dive Bomb und es war eine Dive Bomb, Leute, denn in der letzten Schikane bremst sich, also die Mercedes waren noch einmal drin, in einer hitzigen Endphase kam Oscar Piastro eben nicht an Fernando Alonso vorbei. Es war der Battle für den sechsten Platz. Alonso war halt auch so klug und hat immer wieder Piastro im DS-Fenster gelassen, um eben auch zu verhindern, dass Russell Piastro überholen kann, denn wenn das der Fall gewesen wäre, wäre Alonso auch locker Futter gewesen. Da war wirklich sein Glück, dass die McLaren genauso schwach auf den Graden sind, wie eben auch Alonso selbst. Aber kommen wir zurück zu dieser Situation hier. Wir sind hier in der letzten Schikane und ja, nach was sieht das für euch aus? Natürlich bremst man hier nicht rein. Jeder Idiot in der Formel 1 sieht, dass hier keine Lücke ist. Was macht George Russell? Denkt sich, ich habe die besseren Reifen? Hält drauf. Da kommt es nahezu zur Berührung. Guckt euch das mal an. Der fährt bis zur Hälfte drüber, riskiert oder wagt diese Berührung. Dann guckt euch das mal an. For real. Wo soll ein Oscar Piastro hier hin? Und muss dann halt natürlich die Kurve karten. Er sagt auch, er hat mir keinen Platz gelassen. Er hat mich von der Strecke gedrängt. Und ehrlich gesagt, Leute, für mich war das klar eine Strafe. Aber was denken sich die Strecke jetzt? Hm. Nee, nee, nee. Das gibt keine Strafe. Und das war für mich die lächerlichste Entscheidung aller Entscheidungen. Denn man hat sich tatsächlich dazu entschieden zu sagen, nö. Oscar Piastro hätte hier noch Platz gehabt. Er hat die Kurve nur gekürzt, weil er eben nicht überholt werden wollte. Und es war auch kein gefährliches Manöver von Russell. Und what the fuck habt ihr Tomaten auf den Augen? Also for real. Das war für mich so was von ein viel zu später Reinbremser. Aber ja, das Schicksal sollte noch einmal zuschlagen bei Piastro. Denn in der folgenschweren Kurve hat er sich verbremst und wurde dann tatsächlich noch am Ende von von Piastro überholt. Aber hier noch einmal zurück. Dieser Post fand ich nämlich ziemlich interessant. Und da steht halt auch Alonso Giffing The rest to Piastro which is keeping him safe from Russell. But Russell drafts Piastro down the main street and make the move. Und das, ja, war klar, dass er den Move gemacht hat. Aber es war halt wirklich 100 IQ von oder nein, 100 ist zu wenig. 200 IQ von Fernando Alonso. Der macht einfach, ja, mit diesen kleinen Ideen macht er das Racing Revolutionär. Max Verstappen hat das Ganze dann gewonnen. Wie gesagt, natürlich musste Perstry dann den Platz abgeben, aber eben nur wegen dem Fehler. Und ja, ich würde auch sagen, apropos, ich muss auch einmal kurz zurück zu diesem Startcrash. Denn hier hat man tatsächlich gesagt, wenn, also es ist auch keine Strafe für Riccardo geworden, aber wenn Stroll nicht gewesen wäre dahinter, dann hätte man anders entschieden. Und das fand ich dann schon sehr interessant. Jetzt mal hier zurück, P10, einen Punkt für Yuki Tsunoda. Für mich auch ein richtig toller Driver. Wir werden danach natürlich auch noch die Noten vergeben. Ich habe da auch bis, bleib bis zum Schluss dran, die Punkte für Yuki gestrahlt. Tolle Leistung. Sein Sie, was soll ich sagen, der Mann macht einen Durchmarsch. Er ist der einzige Pilot im Fahrerfeld, der eine hundertprozentige Podiumsserie diese Season hat. So, Drive of the Day wurde auch zu Recht Charles Leclerc, wobei ich sagen muss, ob das wegen seines fahrerischen Könnens nur war oder auch eben wegen dieser tollen Geste mit dem Helm, sei wie es soll. Es war dennoch toll und für mich war er auch persönlich der Drive of the Day. Der hat das souverän abgezogen. Sehr, sehr gut. So, dann gehen wir auf die WM-Standings ein. Das ist die Fahrerweltmeisterschaft. Hamilton überholt Lance Strong mit seinen zwei Punkten, die er sich da gesichert hat. Zwischen Alonso und Russell wird es knapp. Auch Norris und Piastri auf Augenhöhe. Die haben jetzt mal Platz getauscht. Perez und Leclerc haben auch Platz getauscht und Verstappen führt souverän an, wobei es nur in dem Fall 13 Punkte sind, wobei man auch sagen muss, Verstappen hat ein komplettes Rennen nicht gefahren. Deswegen ist es trotzdem beachtlich, dass es immerhin 13 Punkte sind. Sainz bleibt auf dem gleichen Platz und ist da auch noch gut um den Titel, um den Vizetitel mit dabei. Auch Leclerc gut dabei und eigentlich souveränes Rennen, wobei man auch sagen muss, dass Sainz, ja natürlich Sainz, war zwar in Saudi-Arabien nicht dabei, sorry, ich habe mich komplett vertan, Sainz war zwar in Saudi-Arabien nicht dabei, hat aber natürlich die anderen Rennen alle auf dem Podium beendet. Also, man kann sehen, wie man es will. Dann nochmal die Constructors Championship. Williams, Kickstarter Zauber und Alpine müssen immer noch auf ihren ersten Zähler warten. Haas hat, glaube ich, auch nichts geholt. RB baut weiter aus. Mit dem einen Punkt von Yuki ist man mittlerweile fast doppelt, hat man mittlerweile fast doppelt so viele Punkte wie Rivale Haas. Dann wird es interessant, Mercedes und Aston sind in der Meisterschaft Punkte gleich. McLaren so irgendwo in der Schwinge, man hat doppelt so viele Punkte wie Mercedes, hat aber auch nur die Hälfte von Ferrari und Ferrari an sich wird sich das Ganze mit dem Racing, mit dem Red Bull Racing Team ausmachen. Jetzt aber zum Final Klassement und zu meiner Benotung. Wir beginnen von unten Albon, Riccardo und Guan Yuco. Lassen wir mal lassen vor. Wir fangen also bei Logan Sajan an. Der Fehler war dünnschiss und vor allem auch er selbst war eher schwach unterwegs. Wie auch Albon sagt, im Auto wäre auf jeden Fall Pestring gewesen und ich glaube, wenn Albon gefahren wäre, wäre das locker zwölfter Platz geworden. Ich gebe ihm mal eine vier. Pierre Gasly und Erster Bonacan, die beiden sind echt ein eigener Fall, denn die Idioten sind sich beim Restart in die Autos gefahren und haben sich beide dabei ihre Fahrzeuge beschädigt. Die bekommen beide eine vier Minus. Tatsächlich, ja man hat zwar mit mindermährtigem Material zu kämpfen, aber dann noch solche teaminternen Spielereien oder Blödheiten, das muss sich ändern auf jeden Fall. Valtteri Bottas war weit vorne, hat aber auch wieder durch gefehlte Pitstops ordentlich draufgebekommen. Für mich, ja bekommt er eine drei, ich glaube der probiert auch das Maximum daraus zu holen, aber das Auto ist halt tatsächlich eher semi gut. Kevin Magnussen 3, Stroll, der ist wirklich eine Hausnummer, startete von 16, hat sich im Rennen permanent drüber aufkriegt, dass das Auto einfach nur langsam ist. Ich gebe ihn, ja er ist eigentlich ein tolles Reingefahren, also hat auch das eine oder andere Wow-Überholmann über rausgeworfen und da kannst du noch nichts dagegen sagen, war auch knapp an den Punkten, aber dass er an Hülkenberg gescheitert ist, ist dann schon traurig. Ja, ich gebe ihm den noch eine 2. Nico Hülkenberg, wieder top wie immer, der bekommt eine 2. Yuki, mein erster Kandidat für die 1, tolles, tolles Rennen gefahren, tatsächlich. Hamilton, boah, coole Idee, ich weiß nicht genau, ob das jetzt stimmt, dass man ein technisches Problem hatte, wenn das stimmt, dann tut es mir natürlich leid, so würde ich mal sagen, Racing-technisch hat er das Maximum rausgeholt, dass er an Piastri nicht mehr vorbeigekommen ist, war eng, aber ist auch geschuldet, dass man da diese 2 Sekunden verplempert hat mit vorbeilassen, ja ich würde sagen, Hamilton, eine 3. Piastri, ich glaube tatsächlich, dass in McLaren und auch durch seine Startposition nicht mehr drin gewesen wäre, 2, tatsächlich 2. Russell hat glaube ich das Maximum rausgemacht, durch die Dive-Bomb gebe ich ihm aber dennoch eine 4, Alonso, für mich auch klar, einer der Fahrer des Tages, dass der mit diesem schwachen Material, den McLaren hinter sich halten hat, können, mit einer eigentlich 200 IQ-Taktik, safe eine 1. Dann haben wir Landon Norris und der tat mir tatsächlich etwas leid, musste wirklich zugucken, wie er von jedem überholt wird, ja er bekommt eine 2, denn das glaube ich war auch das Maximum, der 5. Platz ist wirklich sehr stark, Charles Leclerc, meiner Meinung nach der beste Fahrer des Rennens, tolle Überholmanöver, tolle Strategie vor allem und er muss sich da den Platz tatsächlich mit Alonso teilen, die beiden haben wirklich ein tolles, tolles Rennen gefahren, eine 1, auch seien es wieder souverän, also so ein fehlerloses Rennen, auch überholen kann, er hat er gezeigt, also für mich auch einer der heißen Tipps dieser Season und der braucht nächstes Jahr Safe and Drop Team 1, auch Pérez, tolles Rennen, auch wieder vom Teamkollegen geroasted, dennoch eine 1 und verstappt ein Klauch eine 1. Was würdet ihr also sagen, war es für euer Moment of the Race? Schreibt es gerne in die Kommentare, abonniert gerne kostenlos den Channel und ich bin mega hyped auf das Rennen in China und dann erst endlich mal wieder nicht zu früh aufstehen und wir dürfen endlich mal ein bisschen länger schlafen. Macht es bloß, abonniert gerne kostenlos den Channel, lasst gerne einen Däumen und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei, Links immer alle in der Video, bis zum nächsten Mal, danke für's Gute und ciao. Bis zum nächsten Mal.